Hier für die Region Göttingen, das ist eben das Highlight, wir haben sonst Landesliga, vielleicht mal Oberliga und hier schaut man halt hin, man schaut nach Hannover, nach Wolfsburg, die kommen hierher, die internationalen. Ja, absolutes Highlight ist natürlich, dass Manchester United das erste Mal hier ist. Ja, das ist die erste Mal zu besuchen, es war eine fantastische Erfahrung, wir haben sehr gute Dinge über den Tournament und wir wissen, dass es eine langfristige Tradition ist. Ich glaube, wir haben es sehr genutzt, den kompetitiven Level der Games, die fantastische Hospitalität der Menschen. Ja, wir lieben uns zurück, es war eine wunderbare Erfahrung, wir würden uns zurückkommen und die Trophäe zu retten, das wird möglich sein. Ja, das Highlight war auf jeden Fall der Sieg gegen Mönchengladbach, ich denke mal, damit hat keiner in der Halle gerechnet. Wir sind bestes regionales Team geworden, was für uns sehr wichtig war gegenüber den Konkurrenten Nordheim oder Sparta. Ja, und haben auch das Viertelfinale erreicht, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Ja, das erste Spiel gegen Göttingen war ein spannendes Spiel, haben wir auch dann gewonnen, gedreht und ja, das war für mich auf jeden Fall das Highlight. Für die regionalen Jungs, die hier in den Dörfern kicken, ist das natürlich Wahnsinn, gegen diese Stars aus deren Sicht natürlich mal zu spielen und zu sehen, ja, wo kann man hinkommen und das motiviert. Das war's. Das war's. Ode! 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 Ode!